Ich kann das nicht, ich muss hier einmal ausmachen, sonst höre ich mich ja 17-fach. Fuck die Bohne. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und heute mache ich mal ein Experiment. Heute, wo ich dieses Video aufzeichne, ist nämlich Montag, das heißt heute Abend steht der große Live-Mix an, den ich vorbereite. Und ihr habt mir einen Song zugeschickt, den ich heute Abend großartig mischen werde, ein Song aufs Schweizer Deutsch, das ist sehr spannend. Auf jeden Fall die Sängerin Florina hat ganz toll gearbeitet und ich mische das heute Abend. Und als ich das Setup hier aufgebaut habe, habe ich mir gedacht, dann nimm doch direkt mal zum Test das Video für Donnerstag auf. Live on Tape, also ohne Schnitt und doppelten Boden. Also mal schauen, ob mir das jetzt wirklich gelingt, hier am Stück das aufzunehmen. Räumlichkeit ohne Hall soll heute unser Thema sein. Und dazu muss man sich erstmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich Hall? Hall ist ja im Prinzip, sind unendlich viele Reflektionen, also unendlich viele kleine Delays, die im Prinzip von den Wänden zurückgeworfen werden. Nehmen wir mal eine Schallquelle wie meine Stimme, die sendet ja den Schall aus und dann kommt er von den Wänden überall wieder zurück. Und je nach Räumlichkeit kommt der Hall dann entweder als kurze, kleine räumliche Information oder eben als große Kirchenhall-Information zurück. Und manchmal können aber diese Hall-Fahnen, die dann durch diese unendlich vielen Delays generiert werden, können einfach einen sehr dichten Charakter haben. Das heißt, wenn du einen sowieso schon dichten Mix hast, dann kannst du mit einem zu dichten Hall einfach dafür sorgen, dass dir der Mix zu matscht. Dann hat man ja auf den Vocals einen Hall, auf der Snare vielleicht, auf den Gitarren drauf und so weiter und so fort. Und diese ganzen Hall-Fahnen überlagern sich, machen den Dicht-Mix und gar nicht mehr transparent. Wie also dann Räumlichkeit generieren, wenn man nicht mit Hall arbeiten kann? Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, denn man basiert, man besinnt sich zurück auf den Ursprung des Halls. Ich habe es ja gerade gesagt, der Hall sind unendlich viele Reflektionen und damit Delays, die von den Wänden zurückgeworfen werden. Und wenn man mit einem einzelnen Delay arbeitet, dann ist das relativ einfach. Wir schauen uns jetzt gleich mal im Mix an, wie das genau funktioniert. Am Beispiel von dem Song, den ich ja jetzt aus jetziger Sicht, wenn du dieses Video siehst, schon gemacht habe, aber den ich heute Abend auf jeden Fall im Live-Mix mache. Wie gesagt, wenn du es verpasst hast, einfach mal hier oben klicken und dann kannst du dir das ganze Ding angucken, wie ich das von vorne bis hinten gemischt habe. Verpasst nach der Session auf jeden Fall nicht die Frage der Woche. Und jetzt gehen wir mal rüber. Ich muss jetzt live umswitchen. Du siehst also erst meinen Hinterkopf und dann sehen wir uns in der Session wieder. Los geht's! So, und da sollte ich jetzt zu sehen sein. Wir haben jetzt also die Session hier vorliegen und dementsprechend können wir jetzt mal reinhören. Ich habe hier bei dem Mix im Prinzip nichts gemacht, außer ein Instrument gemutet und die restlichen Instrumente um 4 dB runtergenommen, damit ich Florinas Stimme ein bisschen besser hören kann. Ausgangssituation ist diese. Komplett ungemischt und Florina singt ja als auch furztrocken und dementsprechend gilt es da jetzt, auf diese Stimme ein bisschen Räumlichkeit zu machen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Normalerweise kommt das, was ich dir jetzt gleich zeige, im Mix viel, viel später. Ich würde erstmal einen Grundmix herstellen und würde mich dann irgendwann der Stimme widmen. Aber ich habe gedacht, diesen Trick zeige ich dir mal am Beispiel, weil der funktioniert auch wunderbar mit einem ungemischten Song, denn da auch gerade da kann man gut hören, welchen Effekt das ganze Ding hat. Wie gesagt, mit einem einzelnen Delay kann man bei der ganzen Geschichte arbeiten und weil man dafür ein Delay braucht, beschicke ich jetzt von der Stimme hier, das ist dieser Kanal hier von Florina, beschicke ich jetzt erstmal, muss ich einen Bus generieren, nehmen wir mal einen Effektbus hier in Studio One und schicke da das Signal von Florina hin. Und zwar benennen wir das dann auch ordentlich, nehmen wir das mal hier Vocal Delay und dann muss ich da natürlich auch ein Delay reinladen. Wichtig bei der Auswahl des Delays, ich nehme hier mal das Beat Delay, das müsste das Richtige sein, genau. Wichtig bei der Auswahl des Delays ist, dass du die linke und die rechte Seite leicht unterschiedlich in der Delay-Zeit justieren kannst. Bei Logic ist es relativ einfach, da gibt es das Stereo-Delay, da kann man links und rechts zwei getrennte Zeiten einstellen. Ich habe bei Studio One noch nicht so ein Delay gefunden. Falls du mehr weißt als ich, dann schreib es mir bitte unten in die Kommentare rein, weil ich bin hier wirklich dringend auf der Suche gewesen nach einem Delay, wo ich einfach links und rechts unterschiedliche Zeiten und zwar ganz einfach einstellen kann und nicht, wo ich vorher einen Programmierkurs machen muss oder so. Aber bei dem Beat Delay hier kann man das auch einstellen. Man stellt einfach hier die Breite, also die Width, stellt man auf Stereo. Oh, jetzt ist es verrutscht. Stellt man auf Stereo, jetzt ist es so zu sehen. Und dann kann man hier bei den Beats die Delay-Zeit einstellen. Ich nehme da eine relativ kurze Delay-Zeit, ich stelle da eine Sechzehntel-Delay-Zeit ein. Das heißt, ich habe ein kurzes Slapback-mäßiges kurzes Delay. Und wenn ich jetzt hier auf der linken Seite bei Cross-Delay einen Wert eingebe, 50 Millisekunden ist die rechte Seite jetzt verzögert, zur linken Seite, dann habe ich auch das Gleiche. Dann habe ich halt das Sechzehntel-Delay auf der linken Seite und rechts ist es ein Sechzehntel-Delay plus 50 Millisekunden. Und mit diesem Delay habe ich jetzt schon einen schönen Effekt. Wir hören mal die Stimme an, zusammen mit diesem Delay. Ich muss den noch beschicken hier. Da sollte man auch machen. So, also jetzt hören wir mal rein, wie das Solo klingt. Wenn man es ausmacht, trocken und schon hat man einen räumlichen Eindruck. Das ist natürlich jetzt viel zu viel. Das heißt, wir justieren das Ganze noch ein kleines bisschen. Beim Feedback stelle ich 0 ein. Das heißt, es soll nur eine Wiederholung kommen, damit man das auch im Zaum halten kann. Sonst hätte ich auch direkt einen Hall nehmen können bei sehr vielen Wiederholungen. Also nur eine Wiederholung. Und dann stelle ich hier noch, das ist beim Feed-Delay sehr schön, kann ich per Equalizer noch bestimmen, wie viel von dem Delay denn durchgelassen wird, frequenzspektrumstechnisch. Das heißt, ich stelle hier ein, dass hier ein Low-Cut bei 200 Hz gesetzt wird und ein High-Cut bei, sagen wir mal, 3.500 Hz, 3,5 kHz. Das heißt, das ganze Signal wird noch im Delay in den Höhen und in den Bessen beschnitten und ist dadurch nicht so aufdringend. Das kann man auch mit einem Equalizer machen, den man dahinter schaltet. Aber ich habe es jetzt hier direkt mal eingebaut. Das heißt, wenn du jetzt ein Delay-Plugin hast, was das nicht eingebaut hat, schaltest du einfach noch einen Equalizer hinter dein Delay und beschneidest das da noch mit einem Low und einem High-Cut. Dann hast du den gleichen Effekt. Wir hören mal nur Solo an, dieses, was ich gerade gemacht habe. Das klingt so. Man hat auch schon das Gefühl, dass es so einen leichten räumlichen Charakter gibt. Und wenn ich jetzt die Hauptstimme dann noch dazugebe, dann klingt es tatsächlich so. Also wenn man einen Floriner, die Sängerin, hier in einen Raum reingestellt hat. Ist jetzt noch ein bisschen zu laut, aber das justieren wir jetzt im Mix. Machen wir also mal den Rest an. Und wie gesagt, der Song ist komplett umgemischt, außer dass ich hier ein paar Level abgezogen habe, damit man Floriner besser hören kann. Aber das klingt jetzt so. Und dann schalten wir mal das Delay. Die schiebe ich dann mal nach Gusto dazu. Und wie so oft ist es ja, dass man einen Effekt im Idealfall erst dann wahrnimmt, wenn er weg ist. Ich schalte ihn also mal aus und dann wieder an. Das mache ich mal im Zoom. Finde ich schon dramatisch. Das heißt, man hat ohne einen Hall, ohne eine dichte, fette, lange Hallfahne schon eine Räumlichkeit kreiert. Und mit diesem Trick kann man übrigens auch sehr schön Vocals in fertige Playbacks schon einbauen, weil da weiß man vielleicht nicht, welche Hallräume genutzt wurden und so weiter. Oder wenn einem das noch zu trocken ist, dann kann man das noch variieren, kann zum Beispiel danach noch hinter dem Delay sogar doch noch einen Hall hinterpacken, um dann noch ein bisschen mehr Räumlichkeit hinzupacken. Der Experimentierfreude sind da wie immer keine Grenzen gesetzt. Aber so haben wir zumindest schon mal einen räumlichen Charakter auf der Stimme, ohne einen Hall zu benutzen. Und jetzt gehen wir rüber zur Frage der Woche. Schauen wir mal. So, da sind wir wieder. Und ich greife mal zu meinem iPad. Da steht nämlich die Frage der Woche heute drauf. Und die lautet Hallo Jonas. Also sie kommt von Hajo aus Elmshorn, um das noch zu erwähnen. Hallo Jonas. Habe mir sehr gerne deine Videos mit Studio One angeschaut. Ich benutze Studio One Professional seit einigen Jahren. Literatur und Videos waren in meiner Anfangszeit kaum zu haben. Hands-on Studio One gab es. Das war mein Einstieg. Also jeder muss ja seinen Einstieg irgendwie finden. Ich bin ja Autodidakt. Das heißt, ich bringe mir einen Großteil selber bei. Aber mittlerweile habe ich ja zumindest die Ressource auch bei YouTube, wenn ich eine Frage habe. Heute möchte ich einmal einen kleinen Tipp geben. Studio One hat einen Plug-in Levelmeter. Dieses zeigt sehr präzise True Peaks an. Wenn du beim PreSonus Limiter True Peaks anwählst, brauchst du nicht minus 1 dB eingeben. Ich gebe ja bei meinem Limiter immer als Ceiling, als lautesten Punkt, minus 1 dB an. Warum erkläre ich gleich. Der Limiter kappt das sauber, sagt Hajo. Ich benutze den Sonox Oxford Limiter. Bei dem muss ich immer minus 1,5 eingeben, sonst bekomme ich Peaks. Mit dem Levelmeter kann man sehr gut diverse Limiter testen. Einfach in der Kette hinter den Limiter setzen, falls du es noch nicht probiert hast. Viel Spaß dabei. Viele Grüße, Hajo aus Elmshorn. Vielen Dank, Hajo, für den Tipp. Und du hast recht. Mit der True Peek-Funktion vom Limiter, der bei Studio One eingebaut ist, kann man sehr, sehr präzise dafür sorgen, dass der Song wirklich bis 0 dB ausgesteuert wird. Ich werde aber trotzdem dabei bleiben, meine Songs bei minus 1 dB einzustellen mit dem Limiter. Und warum sage ich dir sofort, denn es ist nicht das Ausspielen meines Songs. Das kann mit der Wellenform, die da rausgeschickt wird, durchaus bis 0 dB sauber ausgesteuert sein. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich meine Songs ja danach bei Soundcloud, YouTube oder sonst einem Dienst reinstelle, auch bei iTunes. Und bei den drei Diensten ist es so, dass die nachträglich nochmal komprimieren. Das heißt, die nehmen die Wellenform, die du anlieferst. Das heißt, meinetwegen, du nimmst einen AIF oder einen Wave-File mit 24 Bit und 96 Kilohertz da rein, hast das sauber auf 0 dB per True Peek ausgesteuert und dann wird das Ganze komprimiert. Die berechnen das nochmal neu. Und bei dieser Neuberechnung kann es durchaus passieren, dass dann einzelne Peaks doch wieder über diese 0 dB drüber schießen, weil die das Signal ja neu berechnen müssen. Und dementsprechend kannst du dann doch wieder Peaks haben, obwohl du dir vorher penibelst Mühe gegeben hast, das Signal sauber auf 0 dB auszusteuern. Und das ist das Problem. Deswegen sorge ich dafür, dass ich meine Signale immer bei minus 1 dB kappe. Wenn dann bei der Nachberechnung oder bei der Neukomprimierung in MP3 oder sonst ein Format da nochmal ein paar Peaks stattfinden sollten, das heißt, dass die Wellenform nochmal über diese Grenze hinausgeht, die ich eingestellt habe, dann ist meine Grenze minus 1 dB. Und wenn es dann über diese Grenze hinausgeht, geht es trotzdem nicht über die 0. Wenn ich das bei 0 einstellen würde, dann würde es drüber hinaus schießen. Dann würde das halt doch wieder peaken und damit clippen und digitale Clippings, digitale Verzerrungen, also die wollen wir ja alle nicht haben. Deswegen werde ich auch weiterhin meinen Limiter bei minus 1 dB einstellen. Aber mit True Peak, dann kann ich nämlich sicherstellen, dass es auf jeden Fall bei minus 1 tatsächlich aufhört. Vielen Dank, Hajo, auf jeden Fall für diesen Tipp. Den Levelmeter werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn dir diese Live-Folge hier heute mal gefallen hat, dieses Format ohne Schnitt und ohne doppelten Boden, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und wir sehen uns natürlich dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yasu!